Da sind wir wieder. Diesmal habe ich meine Frau dabei. Supportive wife. Folge 2, das geht doch. So, angekommen in Berlin. Heute sind die Hype Awards. Ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr aufgeregt. Heute bin ich sehr, sehr aufgeregt, wie ich schon lange nicht mehr war. Aber hoffen wir mal das Beste. Viele haben gevotet. Und ich weiß selber wirklich auch noch nicht, wer gewinnt und ob ich überhaupt gewinne. Und ja, ich nehme euch mit den ganzen Tag lang. Let's go! Ich habe auch gerade gesehen, dass unsere erste Folge jetzt knapp 20k Views hat nach knapp zwei Tagen. Überkrass. Ich freue mich auch richtig krass, dass die Leute das so feiern. Das ist sehr, sehr viel positives Feedback. Natürlich gibt es auch ein paar negative Verbesserungsvorschläge, die ich cool finde. Aber sehr zufrieden mit dem Outcome. Ich habe ja so einen Schuhfetisch, dass bei mir meine weißen Schuhe immer whitey white sein müssen. Also, heute steht ein langer Tag bevor. Hype Awards fangen um 20 Uhr an. Das heißt, um 18.30 Uhr ist ein orientalischer Teppich. Diesmal gibt es keinen roten Teppich, sondern einen orientalischen Teppich. Ich bin sehr gespannt darauf, wie das aussehen wird. Und ja, dann ist die Preisverleihung. Dann habe ich noch eine Show mit Luciano. Und dann habe ich noch ein Takeover für Jägermeister. Also, es wird echt stressig und ich bin gespannt. Hoffentlich läuft alles glatt. Badezimmer-Check Part 2. Clean. Hotel Zoo. Beste. Aber das sieht halt schon edel aus, so. Das ist schon ein anderer Flex. Bam. Und als drittes haben wir hier noch eine Flasche. Ich muss jetzt einen Post für Jägermeister machen auf meinem Instagram-Account. Weil ich eine Kooperation mit denen habe. Und ich mache einen Takeover heute auf dem neuen offiziellen Jägermeister-Account. Und ja, bei diesem Takeover werde ich einige Sachen von Hype Awards zeigen. Und damit ich dieses Takeover ansagen kann, hat Jägermeister mir hier dieses Package ins Hotel geschickt. Und jetzt muss ich das Bild dafür machen. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. So, wir sind jetzt auf dem Weg ins KDW. Noch mal Outfit checken. Eigentlich steht mein Outfit schon fest, aber vielleicht findet man ja noch was Fesseres. Man muss ja sicher gehen, dass der Drip heute Abend flext. Oder geil, Döner in Berlin ist immer besser. Schmeckt einfach geil. Outfit ist eigentlich noch nice, aber dieses Muster mag ich nicht mehr. Das ist Over & Out mit dem Mix. Aber die neuen Sachen sind geil. Bestes Ding, Alter, ich höre. So geil, dass es jetzt in Deutschland gibt. Jetzt sind wir hier. Roter Teppich, Orient Teppich, Hype Awards. Let's get it! Ich bin mal gespannt. Erstmal nominiert. Erstmal Hype Awards. Ich finde es einfach geil, dass es überhaupt so eine Kategorie gibt. Und dass DJs auch mal gewertschätzt werden, wie sie gewertschätzt müssen. Und ja, ich feiere es. Was geht, was geht, was geht. Wir sind auf den Hype Awards. Und vielen, vielen Dank an dieser Stelle. An alle, die für mich gewartet haben. Egal, ob ich den Preis jetzt gleich gewinnen werde oder nicht. Vielen, vielen Dank für den Support. Folge Zeit, the easy way. Und ob ich gewinne oder nicht, sehen wir gleich. In der Kategorie. Heiß DJ Maffalaus Berlin! Geht hervor und mach. DJ, die sich gewonnen! Jigga, got this shit, got this shit! Jetzt geht's Showtime. Wir bereiten uns gerade für die Show vor. Lucian und ich sind gleich am Start. Hype Awards, live on stage. Wir haben kranke Sets vorbereitet, kranke Songs. Deswegen stay tuned. Let's go, let's get it! Ich bin das erste Mal in meinem Leben so krank aufgeregt. Das könnt ihr echt nicht vorstellen. Super-Courses der Partys. Macht mehr für Lucian! Auf die Wurzeln! Ja Nhi no! Bye! You have to go! Yeah! 이야ang! RJoborg구Qui! Hahn bezig! Abf�un stim würden. 我們そうそう! Flex! Boom, wir 있 tapi nicht! Thema ist LA kommt untertit business. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.